Da aus dem Vorteil nichts wurde, gibt er jetzt zu Recht Freistoß für Argentinien. Ischia. Noch immer Ischia. Und Tor! 5 zu 1. 5 zu 1 für Argentinien. Jetzt haben unsere Spieler zugeschaut, wie die Argentinien noch ihr fünftes Tor gemacht haben. Schauen Sie sich das in der Wiederholung an. Wieder Körpertäuschung. Bospisil kommt nicht heran. Ischia ist es. Auch ein Obermeier vorbei. Zwei Mann überspielt. So, jetzt der dritte. Und jetzt spielt er den Ball flachideal herein. Und eingeschossen in der 87. Minute. In der 89. Minute 5 zu 1 für Argentinien. Der Torschütze wieder die Nummer 10. Und Maradona hat schon drei Tore in diesem Spiel erzielt. Drei Fahrzeuge.